jo leute was geht es zu einem neuen video und heute mal wieder eine hälfte welchen 200 wegs war lange nicht mehr drin und einer von euch hat die kommentare geschrieben dass wir noch mal ein hälfte racing video machen sollen deswegen mache ich noch ein video darüber wie ich challenge das spiel sechs stufen und schon mal bekommt zuletzt aber ich bin mir nicht sicher weil zuletzt ist auch sehr schwierig sagen wir fangen an das hier gewinnt ich denke ich noch einfach weil es noch die einfachsten level sind für denke ich kein problem für mich so schlecht bin ich eigentlich auch nicht geschafft das bekommen wir als belohnung nun recht münzel noch da also hier ja 2500 münzen ist ja nicht gut war einfach so ziemlich gut wenn hier der elektro wagen die einländer brauche ich nicht egal wir machen aber los so ziemlich gut gebootet egal jetzt hoch jumpen bussen ja passt sprung jobs noch mal nehmen das geht denke ich so gleich zu ende noch 100 meter da haben wir es war auch nicht schwer guten bus und jetzt geht es weiter mit dem rennwagen und vom 1 waren und hier habe ich sehr sehr wenig gespielt und jetzt schaffen wir es ist trittet level ich mal okay es ist auch ein bisschen komisch wir einfach den bremsen hier aber manchmal so rennen auch das macht auch kein sinn aber vielleicht für einfache spieler es wird besser 100 Meter haben wir uns und ganz schön auf meine aber gut wir wollen 400 Millisekunden besser wir haben noch nicht Schrott abholen Schroppbruch auch unbedingt 500 ist gut jetzt auf dem Lambo der lange boost und münzen boost hoffentlich schaffen wir das so oh ne wenn ich abbrechen soll nein ich verliere das auch noch oh mein gott ich glaube müssen wir brauchen ich komme aus wärmung an wir sehen uns gleich wieder so leute sind wir da das machen wir nächsten try vielleicht schaffen wir es jetzt ich hoffe ich schaffe uns jetzt auf jeden fall war schon bitter beim vierten level zweimal zusammen zu verlieren hier abbrensen nochmal abgrenzen ja man glaube da so ja hau gut dann würde ich sagen wenn wir schwierig gegen den und wenn jetzt schon schwierig jetzt weiß ich nicht wie beim nächsten level ist naja ich würde sagen wo noch schnell die kiste ab bekommen was gut ist und zombie ist selten kann man mitnehmen so als nächstes als vorletztes motorrad um den motor bin ich gut mit dem motor bin ich auf jeden fall gut mit dem motor bin ich auf jeden fall gut so schön boosten ja immer auf Willi am besten machen mit dem Motorrad immer Willi am besten immer wenn du auf Willi bist so schön durchdrücken schon mal Willi hier mitnehmen und wir haben es ich wüsste ich mit dem Motorrad gut dann würde ich auch sagen gehen wir rüber zum letzten level und und auch schon mal die abenteuer habe ich jetzt rüber zum nächsten level und zum letzten und ne ein rad habe ich habe ich noch nie gespielt habe ich einmal oder zweimal gespielt war auch noch so eine challenge ich weiß nicht mehr ok ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe werden springen müssen ja Mist würde ich sagen ich würde sagen wir gucken noch schnell werbung an so schnell werbung und ja ich würde sagen wir sehen uns vielleicht wieder so leute jetzt geht es nochmal in den nächsten schweig zurück gehen nicht gegen die wand prallen oh bitte ich bin ja nicht so gut damit hä was mache ich denn falsch ich steck's nicht dann würde ich nochmal werbung angucken bitte bitte komm ach nein nein ich würde sagen ich habe gern die in die kommentare leute was ich falsch gemacht habe oder wie ihr es besser machen könntet und ja lasst ihr einen like und abo da ich habe in die kommentare wie es fandet und teilt sie mit freunden würde ich sagen das ist ein video und tschau